Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagesgeheimnis am 25. März 2018 Heute sollen wir auf ein Zeichen achten. Das kann auch ein Traum sein. Das trifft in erster Linie die Krebsgeborenen, die Fischengeborenen, die Skorpiongeborenen, auch die Jungfraugeborenen, Stiergeborenen und da sollen sie achten, auch die Steinbockgeborenen. Etwas loslassen, beenden, das ist nicht so einfach und diese Themen haben die Wiedergeborenen und auch die Steinbockgeborenen. Unsicherheit in die Liebe Partnerschaft, Erinnerungen an die Vergangenheit oder diesen Wunsch mit jemandem kontaktieren von Vergangenheit, das verspüren die Wiedergeborenen, aber auch die Skorpiongeborenen. Die tierkleidseitenden Löwengeborenen haben eine Aufgabe, ihren Platz zu finden im Leben. Entweder Stabilität in Liebe Partnerschaft oder ihren Berufung zu leben. Aber Erinnerungen, das haben sie auch die Wassermanngeborenen und die Wagengeborenen. Es ist sehr wichtig, auf jemanden zuzugehen, weil jemand wartet auf ein Zeichnen, wartet auf eine Nachricht. Und das war mein heutiges Geheimnis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.